Musik Wir Weihnachtsmänner solidarisieren uns mit der Kampagne Make Chocolate Fair. In ganz Europa demonstrieren wir heute für faire Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen. Wir Weihnachtsmänner lieben Schokolade und wir lieben es, sie an Weihnachten zu verschenken. Aber als ich zum ersten Mal davon gehört habe, wie die Arbeitsbedingungen auf den Kakaofarmen in Westafrika sind, da bin ich vor Schreck fast von einem Schlitten gefallen. Ho, 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 wir sind nicht alle froh. Ho, 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 wir sind nicht alle froh. Weg, das nicht mehr, Weg, das nicht mehr. Unterstützt alle die Petitionen. Weg, das nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Wir fordern von den Unternehmen, werdet endlich eurer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht, zahlt faire Preise und bezieht zertifizierten Kakao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020